Herzlich Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity, wir nähern uns dem Finale, Sequenz 12, Erinnerung 3, der Tempel. Jetzt gilt es, Drummond versteckt sich irgendwo im Tempel, findet und tötet ihn. Dam 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 dam. Laden? Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Das ist klar, babe. Das ist klar, warum? Das ist klar, weil du ihn erledigen kannst. Sehr gut. Gernat hat sich ein hübsches vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Mal zu erwarten. Und der sitzt wahrscheinlich ganz oben. Zugänge 9, Alarmblock 2. Zu dem Händler da unten müssen wir nochmal. Wenn ich keine Vertunklinge mehr und sowas, das ist ja nicht so optimal. Ich glaube nicht. Ich habe gar nichts gehört. Bevor man mich gerade bei uns so gesehen hat. Wie ist denn? Hoher soll. Geheimnis? Geheimnis? Eh? Okay. Huch, was war das denn wieder für ein... Puck? Mach ich doch gerade, mach ich doch gerade. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Na, geht doch. Autsch. Hallo. Könntest du ihn vielleicht hauen oder irgendwas? Das ist gerade gar nichts. Ich kann schon wieder Aggression retten. Wie die doll rumbackt. Ein bisschen aggressiv wäre der ganze Scheiß. Wir müssen uns jetzt auf einmal so dermaßen rumspinnen. Nimm das, du blöd Arsch. Könntest du dich umdrehen und auch für den Sterbenden zu beobachten? Klar, der ist ausgewickelt und im Stehen. Guck mal, ich hab ihn von hinten gesehen. Wie frustriert mich diese letzte Mission gerade extrem. Wir haben sicher, mit Alarm! Wir haben sicher, mit Alarm! Ich lasse dich ausluten! Ich stirb! Er passt hier! Das stimmt nicht. Mit Alarm! Auf Trinkling! Wir sind heftig. Ei Gott! Schwere Waffe ist auch kackhaft. Ich krieg mich gerade extrem viel auf. das sind viele probleme die auf ja 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 Anhalten! Auf ein Bord! Okay, doch nicht da. Schauen wir mal in die Richtung erstmal. Kann sein, dass er nach unten geflüchtet ist anstatt nach oben. Bürger! Halt! Ja, genau. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln! Verdammt, wer hat dich denn ermordet? Komm raus, damit ich dich sehen kann, hohen Sohn! Darf ich dich? Koppeluch abmacht, ich auch überhaupt nicht. Das war's nur ein Kupfer! Oh Gott! Oh Gott! Gott. Verdammt. Nochmal. Alter. Ganz ruhig. Letzte Mission. Ganz entspannt. Ich glaube, ich habe mir bei Lords of the Fall nicht mehr so aufgeregt. Dann muss er alles wieder tagelang laden. Und ich habe Hunger. Für die bin ich deswegen auch so stinkig. Hm. Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Vor allem. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Wird mich nicht. Oh. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ich bin jemanden. Jesus hat mich vorgegangen. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Was ist das? Oh, sch. Oh, sch. Ich bin jemanden. Das ist Destin. Hm. Setzen. Hm. Verstecken wir uns mal kurz? Verdammt. Jemand hat St. Pierre kalt gemacht. Hm. Hm. Wer ist denn hier der Schuldige? Wo bist du? Oh. Moment mal. Bleh. Oh. Ganz oben ist er doch. Oh oh. Du entkommst nicht du Made. Doch siehst du doch. Oh. 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 Okay. Ja. Da oben. Zumindest das würde ich schaffen. Das gefällt mir nicht. Le Pelletier ist tot, Ruy, Levesque und jetzt diese Gerüchte, jemand habe Latouche in Versailles getötet. Einen Moment mal. André. Falls jemand weiß, was ich... So, und umdrehen. Tup, 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 tup. Und jetzt ist er irgendwie da hoch. Möglichst ohne großartig aufzufallen. Bürger! Bleib stehen! Guck, tup, 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 tup. Gut, versuchen wir es so. So. Doch. Eigentlich hätten wir ihn runterziehen können müssen von hinten. Auf der Etage ist sonst keiner. Finde ich gut. Okay, hier reinstürmen und alles töten ist nicht so effektiv. So, die ruhige Nummer hat jetzt irgendwie ein bisschen größere Erfolgschancen. Mal hoch zu Jomau. Was verdammt war das? crowbar. So, all nah die rum. So. Mal hoch ist das. Ja. Mal hoch ist mit dem Moschelhentan und von mittlerweile Und jetzt ist das auch so ein Tiereskreisfeld. Die Ahrechen werden schon von Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......